Homöopathie? Ja oder nein? Vielleicht manchmal. Heute geht's darum, ob das Sinn macht, wie viel das Sinn macht. Und wie es zu dieser Diskussion überhaupt kommt. Also es ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das im Internet gerade verfolgt, heiß diskutiert. Und es gibt wirklich zwei Lager. Es gibt eigentlich wenig, die so in der Mitte da eine Meinung haben, sondern entweder mal ist dafür oder dagegen. Und bevor ich zur Homöopathie komme, mache ich mal einen kleinen Schwenk zu dem Reel, was wir jetzt hatten, zur Epigenetik, weil das tatsächlich so ein bisschen dazu passt. Wir wollen ja hier im Campus aufklären und wir wollen so ein bisschen den roten Faden schaffen für euch, weil es so viele Angebote gibt. Ich kenne das ja selber. Wir möchten was machen. Wir möchten selbstwirksam sein. Wir möchten unsere Therapie unterstützen. Und natürlich sollten und können wir Komplementärmedizin nicht unterstützen. Die integrative Onkologie wächst ja auch zum Glück und da wird sehr viel geforscht. Es gibt eine Leitlinie Komplementärmedizin in der Onkologie. Es gibt eine Leitlinie Supportivmedizin. Also es tut sich viel. Aber es wird immer schwerer, gute Komplementärmedizin von Alternativen zu unterscheiden, weil die Begrifflichkeiten immer so vermischt werden. Und wir oftmals gar nicht so richtig wissen, was ist jetzt Naturherkunde, was ist Homöopathie, was ist Epigenetik, was sind Forschungsgebiete. Manches gibt es ja tatsächlich auch, wie die Epigenetik, die gibt es ja. Das ist ja ein Forschungsgebiet der Medizin oder der Biologie. Also da hat man gesehen, dass alles, was so um uns rum ist, also Lebensstil, Ernährung, dass das tatsächlich auch Krankheiten irgendwie mit der Genetik zusammenhängt. Man weiß noch nicht genau, was war als erstes da. Hat sich erst die Genetik verändert und dann sind die Krankheiten entstanden. Oder haben die Krankheit oder Lebensstil Einfluss auf die Genetik. Das ist ein ganz spannendes Feld. Und ich denke, wenn wir da weiter sind, in ein paar Jahren, wird das mit Sicherheit auch Angriffspunkte in der Medizin, auch in der Krebsmedizin sein können. Momentan sind wir dann noch weit entfernt, da zu manipulieren, also mit den Genen rumzuspielen, ist schwierig. Für jeden, vor allem für die Forscher, also da gab es wohl Versuche, das irgendwie mit Medikamenten, also zumindest an Mäusen, zu testen, ob man da epigenetisch was verändern kann. Das war aber mit sehr, sehr vielen Nebenwirkungen verbunden, sodass man weit entfernt ist, das in klinischen Studien da anzuwenden. Und das ist wie die Homöopathie immer so. Wir wissen nicht, weil das ja auch viele Ärzte sind oder zumindest welche, die das mal studiert haben, die sowas dann propagieren. Dass die, die Epigenetik-Coach-Ausbildung machen, da ist ja auch ein Arzt dabei oder die jetzt Homöopathie verschreiben, sind Ärzte. Und für uns Laien ist es manchmal schwierig, da durchzublicken. Und ich werde halt tatsächlich manchmal ein bisschen sauer, wenn mir oder den Ärzten die Kompetenz abgesprochen wird, die davor warnen. Also wenn ich sage, das, was die Epigenetik-Coaches verkaufen, hat mit Epigenetik nichts zu tun, dann sage ich das nicht einfach, weil ich Langeweile habe oder das meine Meinung ist. Das hat mit Meinung nichts zu tun, sondern dann ist das einfach so, wie es ist, die Wissenschaft. Und ich wünsche mir, dass wir in unserer Krebstherapie anfangen, auch in der Komplementärmedizin uns an der Wissenschaft zu orientieren und an Evidenz zu orientieren, weil es gibt so tolle Komplementärmedizin, die auch gute Studienlage hat. Und wir sollten doch immer das als erstes wählen, was uns tatsächlich hilft und nicht das, was irgendwie Glaubenssätze betrifft oder was irgendeiner behauptet, was überhaupt gar nicht nachgeprüft ist. Also weil wir wollen ja für uns die bestmögliche Therapie, die natürlich individuell sein soll. Also das ist ja unser Weg und wir müssen den gehen, aber wir sollten den mit bestem Wissen und mit besten Informationen tatsächlich gehen und die Entscheidungen auch nicht aufgrund von Lügen treffen. Also wenn uns jemand anlügt und sagt, das hilft hundertprozentig und es stimmt nicht, dann müssen wir das ansprechen. Und dann muss ich auch ernster werden und sagen, das stimmt nicht, wenn du sagst, das geht. Und deswegen das Real, ich weiß, das hat einige ein bisschen irritiert, aber ich kann einfach manchmal auch nicht mehr einfach nur das weglächeln, sondern ich muss auch mal sagen, nee, tut mir leid, aber da liegst du falsch. Genau, und genau so ist die Diskussion halt gerade bei Homöopathie. Also Lauterbach ist nach vorne geprescht, der ist tatsächlich nicht der Erste und die Diskussion um Homöopathie gibt es ja schon sehr, sehr lange. Das habt ihr bestimmt auch beobachtet. Also das ist tatsächlich, die zwei Lager existieren schon sehr lange und es gibt auch in der Politik immer mal wieder Diskussionen. Es gab mal vor ein paar Jahren die Diskussion bei den Grünen. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat. Das muss wohl sehr, sehr heftig gewesen sein. Da wollten die Grünen schon mal über Homöopathie diskutieren und ob man das vielleicht aus der Kassenleistung rausnimmt. Das ist so eskaliert, weil es da zwei Lager gab, also weil das auch eine sehr aggressive Diskussion wurde, dass die das abgebrochen haben und dann erstmal nicht weiter diskutiert haben. Und das ist öfters passiert, weil, wie gesagt, es ist wie bei uns unter den Reels oder überall im Internet. Da geht es heiß her. Also das spaltet und das spaltet sehr stark. Immer wenn es um alternative Medizin geht, Medizin, alternative Hilfverfahren, Komplementärmedizin. Und deswegen würde ich heute erstmal sagen, dass wir mal gucken, was ist denn Homöopathie überhaupt und wie ist das entstanden? Weil so gehe ich immer ran, wenn ich irgendwo was lese oder höre, dann gehe ich immer einen Schritt zurück und gucke mir, wie ist denn das entstanden? Also das könnt ihr bei germanischer Medizin machen und das könnt ihr bei Homöopathie machen. Erst bei der Entstehungsgeschichte und alleine durch die Entstehungsgeschichte erklärt sich manchmal alles, was danach noch kommt und es erklärt sich manchmal auch, ob das jetzt tatsächlich eine Methode sein kann, die funktioniert oder eher nicht. Weil die Entstehung natürlich schon irgendwie fundiert sein muss. Da kommen ganz oft nämlich wieder die, die da sehr dran glauben und sagen, ja, vor ein paar hundert Jahren wurden die auch verfolgt, die wie Galileo und so gesagt haben. Also die nehmen dann immer irgendwie, ja, als jemand behauptete, die Erde sei rund, wurde der auch verfolgt oder als jemand gesagt hat, es gab DNA oder. Also die kommen immer mit ganz früher mit Forschern, die damals neue Ideen hatten. Aber das kann man nicht vergleichen. Also die Entstehungsgeschichte von der Homöopathie, die geht ja auf Hahnemann zurück. Das wisst ihr sicherlich einer der 1700, ich muss mal gucken, kann da ein Daten. 1755 hat er gelebt bis 1843. Der Samuel Hahnemann hat die Homöopathie entwickelt, eigentlich so als Gegenentwurf zur damals aufkommenden Medizin und definierte da zwei Grundsätze, also Grundprinzipien. Das eine ist das Ähnlichkeitsprinzip und das andere das Verdünnungsprinzip. Das heißt, Ähnlichkeitsprinzip, man bekämpft Krankheiten mit ähnlichen Stoffen, also mit den Stoffen, die gleiche Symptome auslösen oder die ähnliche Pathogene enthalten. Und wie ist der da drauf gekommen? Der hat einen Selbstversuch gemacht. Also der hat sich irgendwie mit, was war das, China-Rinde, genau. Der hat sich mit China-Rinde, also Selbstversuch mit China-Rinde gemacht und hat dabei Symptome beobachtet, die einer Malaria, glaube ich, ähnelten und hat deswegen gesagt, die China-Rinde, die wirkt gegen Malaria, weil die die gleichen Symptome auslöst. So ist er auf das Ähnlichkeitsprinzip gekommen. Und der hat dann behauptet, dass man zum Beispiel Krebs heilen kann, wenn man den mit Krebs bekämpft. Also der hat dann seine Globuli mit Krebsmaterial gemacht oder mit Eiter, also dass man Eiter mit Eiter bekämpft oder also solche verrückten Ideen. Also die Homöopathie nutzte erstmal nicht unbedingt nur Pflanzen, sondern auch tierisches und menschliches Material. Also alles, was es gab, Schleim, Kot, alles das hat er genommen, um damit Krankheiten zu heilen. Man hat diese Sache mit der China-Rinde, hat man nie nachstellen können. Also man weiß bis heute nicht, wie das zu seinen Symptomen gekommen ist. Man geht davon aus, dass das ein Selbstirrtum war, also dass der Hahnemann an sich tatsächlich Symptome beobachtet hat, die so gar nicht da waren. Selbstirrtum, Selbstbetrug. Und man geht tatsächlich wirklich davon aus, dass sich sozusagen die Homöopathie auf so einem Irrtum beruht. Und er hat dann angefangen, mit ganz vielen gesunden Menschen ganz viele Stoffe auszuprobieren und die Symptome aufzuschreiben, ganz akribisch, und hat da ein Riesenwerk vollbracht oder ein Werk aufgeschrieben, wo er ganz viele verschiedene Symptomkombinationen bei ganz verschiedenen Stoffen aufgeschrieben hat und gemeint hat, da könnte jetzt der Homöopath sozusagen nach Symptomen blättern und die dann sozusagen, also das beste Mittel raussuchen, das sehr individuell auf die individuellen Symptome des Erkrankten, des Patienten raussuchen. Das wird jetzt tatsächlich aber dann gar nicht mehr gemacht. Also das, was die Homöopathie jetzt macht, widerspricht ihm so ein bisschen diesem ganzen individuellen Konzept. Weil sich dann so ein paar generelle homöopathische Mittel durchgesetzt haben, die jetzt immer angewendet werden. Also was weiß ich, 20, 30 Stück. Also das ist schon ein bisschen enger geworden auf so Standard-homöopathische Mittel. Genau, also das ist so die Entstehung. Der hat sich einfach theoretisch was gedacht. Also die Homöopathie ist wirklich tatsächlich begründet auf Glaubenssätzen. Also das ist nicht wissenschaftlich entwickelt worden. Also auch nicht mit Studien oder mit Forschung, sondern einfach mit einer Idee. Und die Idee hat er dann einfach konsequent durchgezogen. Und das ist auch wirklich nicht nachvollziehbar, wie diese verschiedensten Symptomkombinationen zu verschiedensten Mitteln bei Gesunden passen. Und vor allem kann man das natürlich dann schwer, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, auf Kranke übertragen. Aber da sind wir schon in der tiefen Forschung drin. Genau, das zweite Prinzip, das kennt ihr auch, das ist dieses Verdünnungsprinzip. Er geht also davon aus, oder ist davon ausgegangen, dass je höher das verdünnt ist, also dieses Mittel, dieser Stoff, umso wirksamer ist er. Und damit widerspricht er natürlich komplett allem, was wir medizinisch und biologisch-chemisch wissen. Also da gibt es eigentlich so wissenschaftlich gar keinen Beweis zu, dass Mittel funktionieren, wenn sie nicht mehr da sind. Also der hat so hoch verdünnt, das nannte er Potenzieren, Potenzen, also das Steigern der Wirksamkeit, so hoch verdünnt, dass diese Stoffe, die Ursprungsstoffe, nicht mehr nachweisbar sind. Und hat dann gesagt, dass das sozusagen die Information des Stoffes gespeichert wird. Wo auch immer, damals hieß es im Wasser, also Quasser Gedächtnis. Jetzt kommen ganz viele und sagen, dass das Frequenzen sind. Aber weder das eine noch das andere ist messbar oder physikalisch erklärbar. Also das muss man so sagen. Es ist für uns, die wir schon wissenschaftlich gearbeitet haben oder die das studiert haben, unerklärlich. Also das widerspricht sozusagen dem, was wir wissen. Aber natürlich kommt jetzt das Argument, die Wissenschaft weiß ja auch nicht alles und das Argument ist gar nicht so falsch. Stimmt, wir wissen noch nicht alles und wir haben mit Sicherheit auch noch nicht alles entdeckt und vielleicht auch noch nicht alle physikalischen Gesetze oder alle möglichen Frequenzen. Keine Ahnung. Also bei Physik bin ich raus. Da kenne ich mich gar nicht aus. Das stimmt. Also wir wissen nicht alles und die Wissenschaft weiß auch nicht alles. Aber das macht gar nichts, weil wir müssten ja trotzdem einen Wirknachweis bringen können. Also unabhängig davon, wie das wirkt, ganz egal, müssten wir ja beweisen können, dass es wirkt. Da gibt es ganz viele Studienmöglichkeiten, indem man einfach das vergleicht, indem man jetzt zum Beispiel homöopathische Mittel nimmt und die gegen einen Standard vergleicht. Und das haben ganz viele, also es gibt wirklich sehr viele Studien, es gibt auch viele Metastudien, die dann diese Studien zusammenfassen. Es wird jetzt immer behauptet, dass es nur noch nicht richtig erforscht ist und das ist auch falsch bei der Homöopathie. Es ist tatsächlich sehr viel geforscht worden, wirklich sehr sehr viel und es ist immer bei guten Studien immer das gleiche Ergebnis, wenn man das zusammenfasst. Es lässt sich die Wirkung nicht über den Placebo-Effekt hinaus beweisen. Also Homöopathie wirkt über den Placebo-Effekt aber nicht mehr. Es gibt also nicht wie das immer behauptet wird, eine Wirkung aufgrund des Stoffes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Eiter nehme und das potenziere, ist das genauso der Effekt, als hätte ich eine Kartoffel potenziert. Also das klingt jetzt blöd, soll auch nicht abwertend sein, aber es ist sozusagen völlig egal, was ich da draufklopfe auf dieses Globuli, auf diesen Milchzucker. Es wirkt gleich, nur dieser Placebo-Effekt. Es gibt keine wirkstoffspezifische Wirkung, so kann man das sagen. Also es ist einfach dieser Placebo-Effekt. Und es gibt mehrere Gesellschaften, mehrere Organisationen in verschiedenen Ländern, die daraufhin tatsächlich vor zwei Jahren oder drei Jahren auch schon festgestellt haben, dass es keinen Grund mehr gibt. Es gibt wirklich schriftlich die Auseinandersetzung von mehreren Regierungen, dass es keine Notwendigkeit mehr gibt, an Homöopathie zu erforschen, also das weiter zu erforschen, weil die Ergebnisse so eindeutig sind. Gibt es da keinen Grund mehr, da weiter zu suchen, weil es ist eindeutig keine andere Wirkung da, außer Placebo. und dass man deswegen aufhören sollte, auch die Homöopathie zu unterstützen, weiter zu forschen oder an Universitäten zu lehren, weil man damit der Bevölkerung suggerieren würde, dass die Homöopathie ein erforschungswertes Feld wäre. So war das in den Schriften formuliert. Also so ganz genau die Wortlaut kenne ich nicht, aber so wird es formuliert, dass es keinen Sinn macht, da weiter nachzuforschen. Also das ist so die Datenlage. Also das, wir haben den Placebo-Effekt, den Hammer, der ist auch nicht negativ zu bewerten, also ich bin großer Fan von Placebo, aber wir haben unabhängig von den Wirkstoffen nichts drüber, also man kann da geben, was man will, Tumorzellen, die man da potenziert, oder Pflanzen oder irgendwas anderes, Mineralstoffe, da hat man ja viel genommen, da gibt es also keine Wirkung. Genau, und das ist jetzt die Ausgangslage. Und das Interessante ist, dass diese Beweislage tatsächlich nicht von Big Pharma oder so kam, sondern auch von den Homöopathen. Die Homöopathen haben natürlich versucht, seit 20, 30 Jahren versuchen sie, den Nachweis zu bringen, also da sind ja wie gesagt auch Ärzte drunter, die Homöopathen sind und damit auch arbeiten. Und natürlich wollten die sich auch die Wissenschaftlichkeit geben, das ist auch nachvollziehbar und deswegen sind viele Studien auch tatsächlich von ihnen selbst durchgeführt worden, aber auch die haben keinen Wirknachweis gebracht, auch wenn das manchmal so behauptet wird, aber die Studien sind tatsächlich nicht so gut gelaufen, also die sind einfach qualitativ nicht hochwertig, wir haben da Standards, die Standards sind auch tatsächlich da, um eine Sicherheit zu geben und um einen guten Forschungsstandard zu haben, das sollte man auch nicht außer Acht lassen und das sollten wir auch nicht wieder abschaffen, weil das ja eine Qualitätskontrolle ist. Und wenn wir mal uns angucken, wie Medizin oder Medikamente erforscht werden, dann müssen sich ja die Pharmafirmen auch an diesen Standard halten und Medikamente genauso, also die Wirksamkeit von Medikamenten unter Beweis stellen durch ganz viele Studien. Und das dauert Jahre und wenn ein Medikament nicht wirkt, dann kommt das tatsächlich auch nicht auf den Markt. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei Leberkrebs gehabt, also da gab es eine Immuntherapie, die sah bis zur Studie 2 super aus, da dachte ich schon cool, also Pembro, Pembolizumab kennt vielleicht einige. Das hat aber in Studienphase 3 leider nicht mehr das gezeigt, was es vorher hatte. Das liegt daran, dass die Studien 1 und 2 mit einer geringeren Zahl an Patienten arbeitet und bei Studie 3 dann meist mehr Patienten sind und je mehr Patientinnen, umso deutlicher wird das Ergebnis und umso deutlicher wird auch, wenn es kein gutes Ergebnis gibt. Und das war bei der Homöopathie genau das Gleiche. Wenn man ganz wenige Patienten nimmt, dann sieht man vielleicht eine Wirkung, aber je mehr, je größer die Patienten, die Probandengruppe ist, umso weniger Wirkung hat man gesehen. Und was da auch wichtig ist, ist zu wissen, dass es immer einen Einfluss hat, wer die Studien auch auswertet oder wer die Beobachtung macht. Die Homöopathen berufen sich ja immer darauf, dass es eine Erfahrungswissenschaft ist oder dass Homöopathie auf Erfahrung beruft. Das heißt, dass Erfahrungen zeigen, dass die Homöopathie wirkt. Das ist so eins der Argumente. Nun ist es aber so, wenn ich meinem Kind Placebo gebe, also Homöopathie, kein Placebo, sondern homöopathisches Mittel, bei einer Erkältung, das ja eigentlich so bei weniger starken Erkrankungen, dann haben wir ja erstens, dass diese Erkältung so oder so natürlich wieder ausheilt. Also eine Erkältung ist nicht lebensbedrohlich und die geht nach ein paar Tagen, je nachdem, wie das Kind so drauf ist und wie stark die Erkältung ist, geht es automatisch wieder weg. Und man neigt natürlich dazu, wenn man an Homöopathie glaubt und man hat Homöopathie gegeben, dann glaubt man natürlich mehr dran, dass es an der Homöopathie lag. da veräpple ich mich natürlich selber und denke ja, ich hab dir das gegeben, ich hab mich um meine kleine Maus gekümmert, schön satt gewirkt und sehe das natürlich positiver. Genauso sehen Ärzte oder Heilpraktiker, die homöopathisch arbeiten, sehen natürlich hauptsächlich da, wo sich eine Verbesserung bei dem Patienten zeigt, also der dann sich besser fühlt. Die Homöopathen haben sich viel auf Lebensqualität berufen, was ja auch völlig in Ordnung ist, gerade bei uns KrebspatientInnen ist Lebensqualität irrsinnig wichtig. Genau, und dann ist noch das Problem, also erstens, dass man halt auch positiver guckt, wenn man daran glaubt und ja, und so hat sich das auch so ein bisschen in diese Glaubenssätze halt verschoben, aber das ist nicht wissenschaftlich. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe aber in der Praxis ganz viele Fälle, wo ich das beobachte, ich habe auch ganz oft bei diesen alternativen Verfahren, also alternativ, auch bei komplementären Verfahren, die tatsächlich kaum Wirkung zeigen, die werden ja oft ergänzend zu Krebstherapien genommen und dann kann man auch nicht sagen, was jetzt, ob das die Krebstherapien, ob die auch ohne dieses homöopathische Mittel so gewirkt hätten, also aus der Beobachtung heraus lässt sich das ja gar nicht trennen und deswegen sind ja so Studien super, weil man das dann richtig analysieren kann und wenn die Studien sagen, da ist kein Effekt über diesen Placeboeffekt hinaus, dann ist das wahrscheinlicher, dass das stimmt, als eine Beobachtung einfach so, also dann ist das viel weniger fehlerbehaftet, als wenn ich als Homöopath meine Patienten anschaue und sage, ich sehe das aber, dass es dem besser geht. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Es kam die Frage mit Placeboeffekt, was das bei Krebspatienten zu tun hat oder helfen sollte. Also ich bin ein großer Fan von Placebo. Warum? Weil das nicht nur eine Einbildung ist. Also dieser Placeboeffekt, den gibt es wirklich und den kann man messen. Da gibt es eine körperliche Reaktion, da werden Bodensstoffe ausgeschüttet, zum Beispiel endogene Opioide, wir haben ja unsere eigenen Schmerzmittel in uns und diese Schmerzmittel unsere eigenen die können wir mit Placebo tatsächlich, die werden ausgeschüttet. Also ich bilde mir das nicht nur ein, sondern mein Körper reagiert tatsächlich darauf. Und das Witzige ist, warum ich Placebo so liebe, das scheint tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auch zu funktionieren, wenn ich weiß, dass es ein Placebo ist. Also ich muss nicht mal angelogen werden, ich kann, auch wenn ich weiß, ich nehme jetzt Placebo, kommt es tatsächlich teilweise auch zu diesen körperlichen Reaktionen. Das finde ich großartig, das finde ich voll spannend. Und dieser Placebo Effekt, der wird auch in der Supportivmedizin bei uns KrebspatientInnen untersucht, weil man sich den zunutze machen kann. Wir können ja, wenn wir jetzt ein Komplementärverfahren haben, Komplementärmedizin, die hilft, dann ist es doch cool, wenn wir auf dieses oder auf normales Medikament noch den Placebo obendrauf hängen. Die wirken, jetzt zum Beispiel mein Schmerzmittel wirkt, und wenn ich irgendwie diesen Placebo-Effekt noch aktiviere, dann habe ich auf meine Wirkung noch Placebo obendrauf, also noch meine Verstärkung der Wirkung und das wird untersucht, das ist schon lange in der Forschung und das ist großartig, aber dann brauchen wir doch keine Homöopathie, die nur den Placebo hat, ohne Wirkung. Versteht ihr, es gibt ganz viel Komplementärmedizin, die eine Wirkung hat und da setzen wir obendrauf den Placebo-Effekt, falls der kommt und dann haben wir trotzdem aber die Grundwirkung der Komplementären, des Naturheilverfahrens, der Medizin, Phytotherapie oder Yoga oder Akupunktur, Akupressur, keine Ahnung und dann legen wir den obendrauf. Da bin ich voll dafür, also bin großer Fan davon, aber ich bin kein Fan davon, nur um eventuell einen Placebo-Effekt auszulösen, Menschen anzulügen und zu sagen, das Medikament oder dieses Mittel, das hilft absolut, also ohne Nebenwirkungen und das ist die natürlichste Heilmethode und das heilt alles von Diabetes hin zu Krebs und Asthma, HIV, ich weiß nicht was. das ist ethisch nicht vertretbar, also da brauchen wir nicht drüber reden, wir wollen alle, dass man ehrlich zu uns ist, dass man uns auf Augenhöhe wahrnimmt, dass die Ärzte mit uns auf Augenhöhe partizipativ sich mit uns unterhalten, das wünschen wir uns, das höre ich von allen PatientInnen, dass wir wollen, dass die Ärzte uns ernst nehmen. Aber wenn die Homöopathen oder andere alternative Heiler sich hinstellen und sagen, mein Mittel, das heilt auf jeden Fall und da gibt es ganz viele Studien, die das beweisen, dann lügen die, dann sind die nicht ehrlich. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich möchte Homöopathie nicht verbieten, aber ich möchte, dass wir miteinander ehrlich umgehen und sagen, ich habe jetzt leider keine Komplementärmedizin mehr für dich, ich weiß nicht, wie ich dir noch helfen soll, wir können jetzt die Homöopathie mal versuchen, vielleicht hilft die ja, aber es gibt keinen Hinweis dafür. Das wäre eine ehrliche Umgehensweise, finde ich, und deswegen finde ich, dass sich Homöopathie hinten anstellen soll, also hinter die Komplementärmedizin, die eine Wirkung zeigt. Und die findet ihr alle in den Leitlinien, der Leitlinie, Komplementärmedizin in der Onkologie, also bei onkologischen Patienten, bei Tumorpatienten. und da nehmen wir immer erst, so wie auch bei unserer Krebsmedizin, die bestwirksamste wollen wir. Wir wollen alle die Medizin oder die Therapie, die uns am besten hilft. Und so sollten wir auch an die Komplementärmedizin rangehen. Die, die wirklich schon zumindest einen guten Hinweis hat, also die, die wahrscheinlich hilft oder eventuell helfen kann, also wo es Hinweise gibt, ist doch viel besser, die erst auszuprobieren, und dann sich zu den immer weniger nachgewiesenen Mitteln hinzu, zurückzuarbeiten. Also das ist so mein, ja, das ist meine Idee und das ist, glaube ich, auch das, worum es unter anderem dem Herrn Lauterbach geht. Den geht es natürlich auch noch um eine andere Sache, über die wir auch da reden müssen, und zwar um das Gesundheitssystem, was finanziell an der Grenze ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen die Krankenkassen jährlich Minus machen, also das sieht ganz mau aus, und das liegt daran, dass die Therapien halt einfach immer teurer werden, dass es nicht, weil Big Pharma sich Yachten kauft, also es sind sicherlich einige Therapien auch tatsächlich überteuert, das ist aber ein anderes, das wird ein anderer Montagstalk, aber erstmal liegt es auch daran, dass die Therapien immer komplexer werden und immer individueller, also wir wollen ja auch alle zielgerichtete Therapien, wir wollen alle mit Immuntherapie, wenn es geht, behandelt werden und da ist die Herstellung einfach tatsächlich schwieriger, also die Antikörper herzustellen und zu transportieren und das kostet, also auch schon in der Entwicklung, also schon alleine die Entwicklung ist halt schwierig. Oder ein Vergleich jetzt bei Bestrahlung, also jetzt die stereotaktische Bestrahlung, da braucht man ja ein viel größeres Gerät und mit ganz viel verschiedenen Apparaturen, das kostet, dann braucht man extra einen Physiker, der das mit berechnet, ganz viele Computersysteme, die da, also Programme, das ist einfach alles komplexer und das macht es teurer und deswegen muss man halt gucken, wo wir irgendwo sparen können, also weil wir zahlen ja alle, wir zahlen ja alle in diesen Topf eine, alle gesetzlich Versicherten zahlen in diesen einen Topf und dort verteilen, wird halt das an die Krankenkassen verteilt und wenn ich jetzt überlege, wie viel ich einzahle, von meinem Gehalt und wie viel ich pro Monat koste, also ich weiß gar nicht, meine Antikörper 5000 und 3000 Euro alle drei Wochen, glaube ich so, oder 4000 und 3000, also bestimmt 7000, 6000, 7000 Euro Antikörper, da ist ja aber noch gar nicht die Pflegefachkraft drinne, die mir die dann anstöpselt und da ist der Blut, was vorher getestet werden muss, noch nicht drin, also alleine nur die Antikörper sind 1000 aller drei Wochen und das muss erstmal irgendwie finanziert werden und deswegen hat Lauterbach tatsächlich gesagt, ich habe da ja irgendwo das Zitat aufgeschrieben, genau, Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf Grundlage eines wissenschaftlichen Sachverstandes bringt und sollte dann auch nicht bezahlt werden, genau, weil, also wie erklärt man das denn, es ist jetzt tatsächlich so, dass das kein großer Posten ist, die meisten zahlen ihre homöopathischen Mittel tatsächlich schon selber, die werden nicht immer verschrieben, viele sind da, die gehen in die Apotheke und kaufen die, also Selbstzahler schon, aber immer noch kann man es verschreiben lassen, ich weiß nicht wie viele Millionen das einspart, 22 Millionen, ist es jetzt bei dem Minus, was die Krankenkassen machen, jetzt nicht der Hit, aber trotzdem muss man ja irgendwo anfangen und man muss darüber reden, was denn alles Kassenleistung sein sollte und was nicht, es wäre schön, wenn wir so viel Geld hätten und wenn es alles nicht so nur ums Geld ginge und wir alles machen könnten und alles bezahlt bekommen würden, was uns gut tut, also da braucht man nicht diskutieren, das wäre großartig, da sind wir aber leider weit entfernt mit diesem System und dann hätte ich tatsächlich lieber was drinne in dem Leistungskatalog, was mir hilft, also dann hätte ich lieber Yoga, das wäre ja immer cool, Yoga für alle, das klingt wie ein Slogan, da werden mir bestimmt auch viele zustimmen oder so Meditationskurse für jeden Krebspatienten oder Resilienzkurse, ich fände auch cool, wenn es Psychoonkologen flächendeckend gäbe und dazu noch so wie hier in Leipzig das Haus des Lebens, wo Familien auch Ansprechpartner finden, das gibt es ja auch nicht in jeder Stadt, also ihr seht, da gibt es ganz viel, was nachweislich hilft und was eigentlich dann eher finanziert werden sollte und wir müssen auch darüber reden, was das für ein Bild macht, also wenn ich jetzt Homöopathie als Kassenleistung habe, denkt ja die Gesellschaft, dass das hilft, also das muss ja dann irgendwie Hand und Fuß haben, sonst würde das ja kein Arzt verschreiben und sonst würden wir das ja nicht bekommen und da mögen viele von euch sagen, ja das ist ja nicht schlimm, das kann ja jeder machen, wie er will, Homöopathie tut keinem weh, aber es gibt tatsächlich Homöopathen, die behaupten, dass das heilt, also die wirklich, das stand auch eine Weile auf irgendwelchen Homöopathie Seiten, dass die Homöopathie, homöopathische Mittel gut eingesetzt, gut ausgewählt, tatsächlich auch chronische Erkrankungen heilt, die sonst schulmedizinisch nicht heilbar sind, so stand das da und da wird es dann kritisch, also es wird kritisch, wenn die behaupten, sie könnten damit Krebs oder Asthma oder Rheuma heilen, Migräne, das stimmt einfach nicht und außerdem ist es auch schwierig, wenn die Menschen glauben, dass Homöopathie eine anerkannte wissenschaftliche Therapieform ist, dann fangen die mal an mit einer Erkrankung, die nicht so gefährlich ist, also beim Schnupfen zum Beispiel, lassen sich halt Homöopathie, homöopathisches Mittel verschreiben bei einer Erkältung, dann merken die, dass es nach ein paar Tagen ihnen wieder besser geht, projizieren das auf diese homöopathische Mittel, denken das hilft und wenn sie dann schwerere Erkrankungen haben, neigen sie halt mehr dazu, dann wieder zur Homöopathie zu greifen und dann eventuell erst homöopathisch zu arbeiten und erst dann sich die richtigen und wirksamen Krebstherapien zu holen. Also das sind so Sachen, die man da bedenken muss, also ja, das ist eine schwierige Geschichte, ich weiß, weil wir immer irgendwie, wir wollen halt natürlich auch individuell betreut werden und behandelt werden, wir wollen Mittel, die uns sanft helfen, weil Krebstherapien unseren Körper so stressen und so kaputt machen, weil wir so viele Nebenwirkungen haben und Langzeitwirkungen, da ist es verlockend, wenn jemand sagt, ohne Nebenwirkungen heilt das, aber es stimmt einfach tatsächlich nicht, also Homöopathie heilt nicht. So sieht es aus mit dieser Homöopathie und warum es diese Diskussionen gerade gibt. Was soll ich dazu sagen? Also ich finde Lauterbach und den Vorstoß toll, ich bin mir nicht ganz sicher, warum er das jetzt macht und warum gerade mit Homöopathie, also weil das stimmt schon, dass das jetzt nicht unser Gesundheitssystem retten wird, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Prinzip, also so ein Prinzip, die Wissenschaft zurückzuholen in den Diskurs, die hat ja sehr gelitten, die Forschung, das Ansehen der Forschung hat in den letzten Jahren leider sehr gelitten, also das ist kaum wieder gut zu machen, das ist ein Riesenschaden, der jetzt entstanden ist durch wenig intelligente Menschen, das muss ich ehrlich mal so sagen, die da Panik gemacht haben, die Falschbehauptungen verteilt haben, das ist hoch gefährlich und hat tatsächlich mehr geschadet, als es genutzt hat und deswegen ist jetzt der Ruf der pharmazeutischen Industrie und des Gesundheitssystems angeknackst und das ist aber nicht unbedingt günstig. Wir sollten immer natürlich konstruktive Kritik üben und man kann das Gesundheitssystem mit Sicherheit verbessern, sollten wir auch daran arbeiten, wir im Krebscampus ja auch, deswegen gibt es uns das ja, weil wir neue Wege gehen wollen und müssen, aber nicht mit Panik machen und nicht mit Angst machen und nicht mit Hass und Ablehnung, sondern wissenschaftlich fundiert, kritisch und immer an Forschung und neuesten Erkenntnissen ausgerichtet. Also wir sind doch nicht im Mittelalter, wir sind doch zu einer Zeit, wo wir gute Forschung machen können, wo wir die Mittel dazu haben und wo wir tatsächlich gemeinsam auch neue Sachen entdecken können und was die Medizin ja auch tut, also wie viele Krebsmedikamente sind in den letzten Jahren rausgekommen, Wahnsinn. So, ich gucke mal, was für Fragen drin sind. Selbst wenn es Placebo ist, heiligt der Zweck die Mittel, Hauptsache es funktioniert, auch wenn es nur der Glaube war oder die Selbstheilung. Nein, der Zweck heiligt nicht die Mittel, niemals, da bin ich als, also ich studiere ja gerade Ethik wieder, also ich unterrichte das schon, aber ich will das jetzt auch auf wissenschaftliche Basis stellen, der Zweck heiligt nie die Mittel. Erstens mal, wie gesagt, es gibt gute Komplementärmedizin, die wirkt und da setzen wir den Placebo obendrauf, das ist viel effektiver als nur Placebo, zweitens ist der Placebo ja nichts, was immer da ist, also Placebo ist ja keine Heilung, also oder kein das ist ja, Placebo ist ja kein Effekt, also so, der immer, also der ist ja, wie soll ich sagen, der ist, der kommt und der geht und der ist nicht nachprüfbar, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, ich werde jetzt bei den Patienten immer 20% Verbesserung auslösen, Placebo ist nicht, das Placebo ist nicht 100% Heilung, das ist es nicht, der wird überbewertet teilweise, das ist ein kleiner Effekt, den man sieht, der zu einer kleinen Verbesserung kommt, also die fühlen sich dann halt, weiß ich nicht, 10% besser oder 15% besser als vorher, aber es ist nicht so, dass die dann geheilt sind von der Krankheit, also es ist ein Trugschluss zu sagen, Placebo ist super toller Effekt, der, da fühlen wir uns alle gleich viel, viel besser, das ist auch so, dass der bei dem einen funktioniert und bei dem anderen funktioniert der weniger, das ist nichts, was wir irgendwie standardisieren können und in eine Dosis, also wie wollen wir den Placebo in eine Dosis stecken, also jetzt 20 Milligramm davon und dann haben wir so und so viel Placebo, so funktioniert das leider nicht, sondern es ist ein Effekt, den wir nutzen können zusätzlich, genauso müssen wir ja auch über Nocebo reden, das ist dann der gegenteilische Effekt, der auch wichtig ist, wo wir halt tatsächlich die Wirkung eines Medikaments auch schlechter machen können und das ist nämlich das Problem, dass wenn wir jetzt Panik machen und sagen, Chemo tötet, dann haben die Menschen, die eine Chemo bekommen, weil sie ihnen hilft eigentlich, viel, viel mehr Nebenwirkungen, die haben mehr Panik, die denken, sie überleben das nicht, da ist die Therapie nicht mehr so gut, weil es den Nocebo-Effekt genauso gibt und das ist einfach nicht akzeptabel, also dieses Weg von Wissenschaft einfach durch Behauptungen, da bin ich raus, also wir müssen doch irgendwie einen Standard haben, woran wir unsere Therapien festmachen und nicht, naja, irgendwem hilft es, also hat es seine Berechtigung, irgendeinem helfen auch Aprikosenkerne, aber ein Großteil davon landet im Krankenhaus, wenn er Pech hat oder die Darmeinläufe, wo dann Fotos im Internet kursieren mit angeblichen Parasiten in der Kloschüssel und ich denke mir immer, nee, das ist deine Darmschleimhaut, die du rausgeätzt hast und da kann man doch nicht sagen, ja, der fühlt sich dabei aber besser, deswegen darf man das machen, also ich finde das wirklich gefährlich, das so zu argumentieren. Das kann gerne jeder für sich machen, jeder kann das tun, aber dann soll er das für sich tun und nicht dafür Werbung und nicht sagen, mach das auch, das hat mir super geholfen, das kannst du auch machen. Nee, man darf solche Sachen nicht als wirksam verkaufen, wenn sie nicht wirksam sind, nur weil sie bei mir selber wirft. Placebo ist immer da? Nee, eben nicht, also wir haben eigentlich, also Placebo kann bei allem auftreten, ob das jetzt Schmerzmittel sind, ob das homöopathische Mittel sind, wenn, also das das Gehirn lernt ja und das Gehirn hat bei uns gelernt, dass Medikamente gut sind, also das ist ganz typisch, wir wissen, wenn wir krank sind, bekommen wir ein Mittel und das hilft uns, wieder gesund zu werden, das hat sich verankert, so ist die Gesellschaft, so sind wir groß geworden, so suggeriert das ja auch, also die Werbung, wir haben Apotheken, wir wissen, es gibt Medizin und da unser Gehirn das ja von Anfang an lernt, dass es Medizin gibt, schon als kleines Kind gibt es den Hustensaft, lernt es, dass das immer Verbesserung des Zustands bedeutet, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas, egal was, zu mir nehme, wo ich davon ausgehe, dass das meinen Zustand verbessert, treten biochemische Prozesse in Gang, die tatsächlich auch zu einer gewissen Verbesserung führen, ohne dass das an dem Mittel liegt, das ist immer da, das kann man nur nicht immer davon trennen, also deswegen gibt es ja diese Placebo-Studien, also dass wir immer das gegen Placebo austauschen, austauschen, erforschen, also in der Kontrollgruppe immer ein Placebo gegeben werden sollte, damit wir diesen Effekt abziehen können, von dem normalen, deswegen ist es ja keine Kontrollgruppe, wenn die gar nichts bekommt, also sie bekommen immer ein Placebo. Das ist auch wiederum das Problem, dass bei diesen alternativen Heilmethoden oder bei den komplementären Methoden wir ja auch gar nicht wissen, wenn wir so eine Studie durchführen, was die Patienten so außerhalb der Studie noch machen, also nicht alle sind compliant und sagen, okay, ich bin in der Studie, ich nehme jetzt nichts anderes, also die meisten von uns nehmen ja trotzdem also heimlich was, die Onkologen wissen das meiste gar nicht, was wir tun, und wenn wir in so einer Studie sind, nehmen wir ja trotzdem vielleicht weiter unser Quercetin oder unsere Brokkoli, Sprossen oder machen weiter Yoga und sind da nicht so compliant oder wenn wir rauskriegen, dass wir doch in der Kontrollgruppe sind und nicht dieses Mittel bekommen, dann besorgen wir uns das anders, also es ist gar nicht so einfach, sehr gute Studien da durchzuführen, aber diesen Placebo-Effekt, den kann man halt immer haben und deswegen müssen wir immer gegen Placebo testen. Gibt es wirklich Fälle, in denen Placebo den Krebs verkleinert hat? Ich gehe davon aus, also es gibt ja viele Fallberichte, die sich nicht erklären lassen, wo man homöopathische Sachen gegeben hat und dann eine Verbesserung des Zustands beobachten konnte, das gibt es auf jeden Fall, aber die Erklärung ist nicht einfach, also man kann nicht sagen, dass das an dem Placebo lag, weil das kann ja auch so sein, Krebs ist manchmal so, dass der entweder alleine wieder zurückgeht, das kennen wir von den Kopf-Syndromen, wo wir den Haupttumor nicht mehr finden, das kann natürlich sein, dass er zu klein gewesen ist, also zu klein ist, um den nachzuweisen, aber es kann auch sein, dass der tatsächlich vom Immunsystem einfach wieder beseitigt wurde und die Metastasen halt eben nicht und also das geht ja, wir haben ja ein Immunsystem und das kann auch Krebszellen und Tumoren natürlich bekämpfen, es kommt meistens nur nicht hinterher, von der Zeit her. Und deswegen kann das tatsächlich sein, dass es zumindest vorübergehend auch wieder zu einer Reduktion der Tumormasse kommt, ist aber sehr, sehr selten und es gibt ja auch Spontanheilungen, aber das ist ja noch seltener, also da kann man auch Lotto spielen, das ist wirklich, also das ist, ja, das ist ja mehr als Glück, also wenn ich eine Spontanheilung hätte, ich habe keine Ahnung, das wünsche ich jedem von uns, aber die meisten werden es leider nicht erleben, dass sie spontan geheilt werden und deswegen ist es auch nicht schön, wenn dann Menschen kommen und sagen, das könne man mit Mindset oder so auslösen, dafür gibt es überhaupt keine Hinweise und das wäre wirklich schön, ich glaube, da wären wir alle die Ersten, die miteinander am Mindset trainieren würden, also wir sind, ich glaube auch, die meisten hier, die jetzt hier zugucken, ein sehr gutes Mindset haben und sehr, sehr stark sind und sehr gut durch ihre Therapien gehen, weil sie eben so stark sind, also ihr seid ja alle keine Häufchen Elend, sondern ihr steht ja auf jeden Tag und stellt euch dieser immensen Herausforderung, also das muss man mal, ihr müsst, guckt mal in den Spiegel und schaut mal, wie stark ihr seid, egal wie ihr leidet, ihr steht auf, ihr guckt jetzt mir hier zu, anstatt die Decke über den Kopf zu ziehen, ihr versucht zu lernen, ihr versucht euch zu informieren, ihr diskutiert, ihr seid in Gruppen, ihr organisiert euch, also wo soll denn da was mit eurem Mindset nicht stimmen, ihr seid wunderbare, starke Menschen, das solltet ihr euch nicht von anderen ausreden lassen, also ihr seid nicht dran schuld, wenn die Therapie nicht gut wirkt, ihr macht das Beste aus eurer Situation, also Chapeau immer, vor allem. Es wird oft behauptet, dass Homöopathie bei Tieren wirkt und ja, ja kein Placebo-Effekt sein kann, gibt es dazu Studien? Nee, dazu gibt es gute Erklärungen, das ist wie bei Kindern, da wird das auch behauptet, das ist so ein ganz typisches Argument, ja bei Tieren und kleinen Kindern hilft das ja auch. Wer gibt denn dem Pferd das Placebo? Der Besitzer. Und warum gibt er das? Weil der da an das Placebo glaubt. und natürlich sieht er dann eine Verbesserung beim Pferd, das es vielleicht auch ohne gegeben hätte. Also auch ein Pferd kann heilen und auch beim Pferd gehen die Erkrankungen ganz genau so wieder weg wie bei uns Menschen, das ist ja nichts anderes. Aber wenn ich Placebo, also wenn ich Placebo, wenn ich homeopathisches Mittel gegeben habe, habe ich auch Geld dafür bezahlt, dann neige ich dazu, das Positiver zu bewerten. Und deswegen gibt es ja verblindete Studien, dass eben der Studienleiter oder der, der das auswertet, nicht weiß, welcher Patient was bekommen hat. Das ist doppelt verblindet. Weder der Patient sollte das wissen, wenn möglich, noch der, der das misst, der dann bei dem Patienten die Sachen abfragt, zum Beispiel, wie er sich fühlt oder der dann den Puls misst oder, weißt du, der weiß nicht, ob der Patient jetzt in der Placebo-Gruppe oder in der Gruppe mit dem Mittel ist. Und so müsste man das, so müsste man das bei den Pferden auch machen. Man müsste zwei Pferdegruppen machen und dann müssten aber ganz unabhängig von der Gabe andere Menschen das messen. Also die einen geben das und die anderen messen dann den Effekt. Und selbst da ist es wieder schwierig, weil man ja mit der Gabe, wenn man weiß, was man gibt, auch wieder einen Effekt auslöst. Also zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe und Placebo, äh, Placebo-Homöopathie gebe, ich rede immer von Placebo, homeopathisches Mittel gebe, dann kann es ja auch sein, dass ich durch meine positive Erwartungshaltung dem Kind gegenüber das auch suggeriere. Guck mal, das hilft und das Kind dann auch deswegen sich besser fühlt oder weil ich mich mehr zugewandt fühle, also mich mehr dem Kind zuwende. Da gibt es so viele Effekte, also, also erstens kann das Pferd natürlich wieder heilen, wenn es, ähm, ein Problem hat und, ähm, ich beobachte das und, äh, werte das wahrscheinlich auch positiver. Das sind so die Effekte, die man da, ähm, diskutiert. Wenn ihr, äh, mehr Informationen haben wollt, wenn ihr das spannend findet, wenn ihr mehr zu Krebs braucht, mehr Krebswissen, mehr zu Komplementärmedizin, dann kommt zu uns und, äh, abonniert uns auf YouTube, ähm, kommt zu uns auf Insta, kommt in Krebs Campus zum Beispiel, also werdet Mitglied, da erfahrt ihr dann noch viel, viel mehr. Wir haben auf Discord eine riesengroße Bibliothek mit ganz viel Wissen und, ähm, mittlerweile über 160 Mitglieder, die dort ihre Erfahrungen austauschen. Da sind auch viele dabei, äh, die tatsächlich im medizinischen Bereich tätig sind, also auch damit sehr viel Expertenwissen unterwegs sind und, äh, wir haben da wirklich, äh, ganz viel Erfahrungswerte und ganz viele Ideen. Wir helfen uns auch in harten Zeiten. Wir haben da einen Campus Café, wo wir uns auch live ab und zu mal treffen und, ähm, per Videotelefonie, äh, einen Kaffee trinken. Das ist immer sehr schön. Da hast du immer einen Ansprechpartner, also irgendeiner ist immer online. Und, ähm, ja, wir haben da auch einen Platz für Angehörige, also die Krebspatienten können ihre Angehörigen mitbringen, die ihren eigenen Angehörigenbereich haben. Also der Krebscampus ist sozusagen eine Lernbegleitung, eine Lebensbegleitung mit, ähm, viel Wissen und ganz viel Herz. Also vielleicht sehen wir uns im Krebscampus oder auf YouTube oder auf Instagram. Bis dann! one. 沒有 ? Bis zum nächsten Mal.